Vor dem Spielfilm am Dienstagabend, verehrte Zuschauer, möchte ich Sie jetzt noch auf den Theatertreff am Mittwochnachmittag aufmerksam machen. Theatertreff im ZDF. Morgen um 13.25 Uhr das Kädchen von Heilbronn oder die Feuerprobe. Aufgezeichnet am Kölner Schauspielhaus, Fernsehbearbeitung und Regie Jürgen Flimm. Verehrte Zuschauer, die Heimatromane von Ludwig Ganghofer werden immer noch viel gelesen und sie wurden auch wiederholt verfilmt. Wir zeigen Ihnen jetzt den deutschen Spielfilm Schloss Hubertus aus dem Jahre 1973. In den Hauptrollen sehen Sie unter anderem Karl-Heinz Böhm, Evelin Opela und Sascha Hehn.